Mit der Schließung der Porzellanfabrik Friedrich Kästner im Jahre 1971 ging in Zwickau eine Ära zu Ende. In den Hochzeiten der industriellen Porzellanherstellung trugen drei einheimische Unternehmen den Ruf des weißen Goldes über die Stadtgrenzen hinaus. Die Firma Kästner aus Oberhohendorf hatte den größten Erfolg und den längsten Bestand. Eine Zeit lang gehörte sie deutschlandweit sogar zu den innovativsten Porzellanfabriken. Für die Priesterhäuser ist diese Tatsache Anlass, in einer Sonderausstellung an die ruhmreiche Vergangenheit der Kästnerischen Porzellanproduktion zu erinnern. Sie hat eine große Bandbreite an Porzellan hergestellt, darunter auch das sogenannte Kunstporzellan, die Porzellan in der Kopenhagener Unterglasurmalerei. Damit hatten sie ihren ersten künstlerischen Höhepunkt, so um 1905 bis 1910. Und der zweite künstlerische Höhepunkt waren die Porzellane, die Entwürfe von Arthur Hennig. Ganz bekannt die deutsche Form, die eigentlich bis zum Schluss des Bestehens der Porzellanfabrik hergestellt worden ist. Im Jahre 1882 begann Florentin Kästner mit der Errichtung einer Porzellanfabrik für seinen Sohn Friedrich. Bereits 1883 und mit einer Belegschaft von 100 Arbeitern nahm die Porzellanherstellung in Oberhohendorf ihren Anfang. Die Etablierung der Fabrik fällt in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, als das Bürgertum immer mehr nach Tafel- und Café-Service mit historischen Barock- bzw. Rokoko-Farmen verlangte. Die qualitätsvolle Produktion von Hotelporzellan trug ebenfalls zur Bekanntheit der Marke Kästner bei. Für seine Leistungen auf dem Gebiet der hygienischen Porzellangestaltung bekam Friedrich Kästner auf der Zwickauer Industrie- und Gewerbeausstellung im Jahre 1907 die silberne Sächsische Staatsmedaille verliehen. Der Erfolg des Unternehmens spiegelt es sich auch in der wachsenden Zahl der Beschäftigten wieder. Der höchste Mitarbeiterstand war 300 Mitarbeiter. Das war für damalige Verhältnisse sehr viel. Er hat vielen Arbeitern Lohn und Brot gegeben. Er hat zum Beispiel auch ein eigenes Haus oder Wohnungen für seine Mitarbeiter gebaut. Und das Kästnerhaus steht ja heute noch und zeugt eigentlich noch von dieser Porzellanfabrik. Von den alten Anlagen ist leider heute nichts mehr zu sehen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ging die Porzellanproduktion in Oberhohendorf zunächst weiter, allerdings unter erschwerten Bedingungen. Sie mussten dann auch viele Reparationszahlungen leisten. Es wurde viel in die damalige Sowjetunion exportiert. Man hatte sich aber wieder gefangen und doch versucht, wieder qualitätsvolles Porzellan herzustellen. Man hat dabei natürlich auf die alten Formen der vergangenen Jahre zurückgegriffen. Darunter auch eben wieder die bekannte deutsche Form, die im Großer Käufergunst stand. Aber man hat dann auch nochmal 1965 nochmal eine ganz tolle Form herausgebracht. Das war die Form perfekt und hat da auch eine Goldmedaille auf der Leipziger Messe dafür bekommen. Das war dann auch der letzte Höhepunkt in der 88-jährigen Firmengeschichte. Nachdem die Fabrik zunehmend nur noch als Zulieferer für das Porzellankombinat in Kolditz fungierte und immer unrentabler produzierte, stellten die Gesellschafter am 14. Juli 1971 einen Antrag auf Liquidation. Aber nicht desto trotz wird das Erbe des Kästner Porzellans natürlich jetzt nicht nur im Museum, sondern auch in vielen privaten Sammlungen noch hochgehalten. Und wir als Museum sind bestrebt, immer weiter zu sammeln und auch die Geschichte des Porzellans, des Kästner Porzellans, überhaupt auch des Zwickauer Porzellans weiter zu erforschen. Ausstellungen tragen ebenfalls dazu bei, das weiße Gold aus Zwickau und Oberhohendorf nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Die Sonderschau in den Priesterhäusern zeigt das Kästner Porzellan in einem repräsentativen Überblick, wobei die museumseigenen Bestände durch außergewöhnliche Stücke von privaten Leihgebern ergänzt werden. Und es gibt noch eine kleine Besonderheit. Wir haben letztes Jahr auch eine Zimmereinrichtung erworben oder geschenkt bekommen, die auch in Zwickau hergestellt worden ist. Das ist von Eduard Bauer, von der Kunsttischlerei Eduard Bauer. Dieses Zimmer aus den 1920er Jahren und ganz stilecht haben wir natürlich das passende Porzellan dann dazu gestellt und auch hier in der Vitrine nochmal ausgestellt, sodass man sich doch etwas in die Zeit wieder zurückversetzen kann. Die Zeitreise in die Oberhohendorfer Porzellangeschichte beginnt am Sonntag um 15 Uhr und endet am 18. Mai, dem Internationalen Museumstag. Unter anderem mit einer Schauvorführung des ehemaligen Porzellanmalers Heinz Kalutzer.